dieser mercedes benz c 180 ist hier zum verkauf angeboten der schwarze kombi hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des autos liegt bei unter 106.000 km die erstanmeldung war anfang 2008 der kombi besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe, Tempomat und noch vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 156 ps an ein automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 8,1 l pro 100 km kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen bis zum nächsten Mal